Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wer liebt denn nicht Hunde? Wir alle lieben Hunde. Ich liebe Hunde. Der Stuhl liebt Hunde. Der Tele-Stammtisch liebt Hunde. Und liebe HörerInnen, gebt's doch zu, ihr liebt Tauchhunde. Wie sehr ihr Hunde liebt, können wir vielleicht heute feststellen, wenn ihr unsere Besprechung zum Blockbuster des Jahrzehnts Doggystyle hört. Denn diesen Film besprechen wir beide jetzt. Hallo, erstmals du. Wuff, wuff, hallo. Ja, das ist die standesgemäße Berüstung zu einem so einem Film. Denn es geht in Doggystyle, wie man unschwer am deutschen Verleihtitel, der sehr passend ist, wie ich aus gut unterrichteten Kreisen weiß. Es geht bei Doggystyle um sprechende Hunde, ist du. Ist das richtig? Das ist absolut korrekt. Genauer gesagt geht es um den kleinen Hund Reggie, der glaubt, dass sein Herrchen Duck der beste Mensch aller Zeiten ist. Aber wir Zuschauer erfahren recht schnell, nee, Duck ist eigentlich das größte Arsch auf dem Planeten. Und er setzt halt den Hund eines Tages auch echt aus. Und Reggie versucht dann nach Hause zu finden und trifft auf dem Weg zurück nach Hause ein paar Streuner sowie einen ehemaligen Polizeihund und eine Hundedame, die sehr gut im Erschnüffeln ist. Und dieses Quartett ist jetzt auf der Suche nach Reggies Herrchen mit einem Plan oder besser gesagt mit einem Ziel. Und zwar wollen sie Ducks Penis abbeißen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört. Es geht also um einen abzubeißenden Penis. Wer da noch nicht an Bord ist und jetzt nicht sagt, da löse ich doch ein Kinoticket, dem ist auch nicht zu helfen. Wer ein bisschen mehr Entscheidungshilfe braucht, der von dir angesprochene Duck wird ja gespielt von Will Forte. Den kennt man in Deutschland vielleicht als MacRuber und als ein Cast-Mitglied oder auch Song-Mitglied von Saturday Night Live. Dann ist so ein bekanntes Gesicht noch dabei, aber der bevoißt, glaube ich, auch nur Rob Riggle. Also da sind ja so ein Paar. Und das ist ja das Gemeine für uns, beziehungsweise für dich, weil du hast den Film gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, dass er im Voice-Cast für die Originalfassung doch schon das, sagen wir mal, nicht das Who's Who Hollywood ist, sondern da ist aber schon mit Will Ferrell und Jamie Foxx und Isla Fischer, da sind ja schon ein paar Household-Names dabei. Kannst du dir das irgendwie sinnvoll erklären, warum die Bock hatten, diesen Film zu dubben? Er wurde produziert von Phil Lord und Chris Miller, die ja wirklich als sehr kreative Kräfte in Hollywood gelten. und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht mit einem der Gründe ist. Und der Regisseur von Doggy Style, das ist dieser, wie heißt er nochmal, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Josh Greenbaum heißt er. Ganz genau. Der hat vor drei, vier Jahren diesen wunderschönen Anarchofilm Barb and Star Go to Vista Del Mar gemacht. Den gibt es im Deutschen auf Sky. Ist eine Komödie nicht für jedermann, aber wenn man sie lustig findet, dann liebt man sie. Und ich habe sie geliebt. Und vielleicht durch diese Komödie hatte der vielleicht damit auch ein, ja, ein gewisses Ass im Ärmel. Und konnte deswegen halt Jamie Foxx und Will Ferrell bekommen, die halt auch wirklich die Meistersprecharbeit geleistet haben. Und ich muss auch sagen, ich habe mir im Vorfeld ein paar Clips aus der US-Fassung angesehen. und das passt da auch ganz gut. Okay, also müssen wir die Empfehlung schon mal, wenn wir eine Empfehlung aussprechen sollten, schon mal darauf einschränken, dass man den doch vielleicht sich in seinem Kinoplex um die Ecke oder in seinem Multiplex um die Ecke eher im Original anschauen sollte, oder? Wenn man ihn unbedingt gucken möchte. Unbedingt. Weil man sagt, ey, ich lebe für sprechende Hunde, ja, dann auf jeden Fall im Originalton. Aber, und das sage ich gleich vorweg, weil wir jetzt garantiert auf die Synchro zu sprechen kommen. Die Synchro ist scheiße, aber sie ist nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Kennst du The Waterboy mit Adam Sandler? Ja, kenn ich. Genau. Und das ist ja ein Film, Keb in Karajau kenne keine Erbarmheit. Genau, wo die deutsche Synchro, wo Super Richie Adam Sandler spricht, wo die deutsche Synchro den Film halt wirklich zerstört. Komplett. So schlimm ist es bei Doggy Style nicht. Trotz allem, was ich halt nicht verstehe ist, du hast halt eine Stimme wie Will Ferrell oder Jamie Foxx und nimmst dafür YouTuber wie diesen Fresh Torge und diesen Eco Fresh, glaube ich, sind das ein Rapper. Mir wurde gesagt, der macht jetzt irgendwie Werbung für Müller, Milch, Ei rein oder so. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall ist der, also den kenne ich jetzt noch aus meiner Jugend, als den König von Deutschland. Ich habe Talent, die Frage ist, oder bin ich damit im Trend? Okay, also mir ist der Name geläufig, aber ich weiß nicht, was der Mann wirklich macht. Das erschließt sich mir nicht. Jedenfalls... Der Rapper zur Not macht ja immer irgendwie ein Beef oder so. Ja, aber zum Beispiel dieses Hundequartett. Die zwei anderen Hunde, die im Original gesprochen werden, von Randall Park und Isla Fischer, haben diese Kronenstimmen von eben diesen Leuten. Also du hast die deutsche Stimme von Randall Park und das passt auch ganz gut. Nur halt eben Reggie und der andere kleine Kleffer, der Buck, der halt im Original von Demi Fox gesprochen wird, hast du halt Echo Fresh und halt diesen Fresh Torge. Und bei Fresh Torge, der hat noch dieses Liebenswürdige, dieses so, ich liebe alles, ich liebe Sonnenschein und Schmetterlinge. Das passt noch ganz gut, aber ich finde halt, dass Will Ferrell in seiner Stimme dann noch so nur dieses, noch was Humoristischeres hat, als dieser Fresh Torge, finde ich. Okay. Ich kenne den auch, den kenne ich zum Beispiel wirklich gar nicht. Also da habe ich keine Bezugspunkte. Da sind wir beide, da habe ich auch zwei Punkte. Ja, ich hoffe das. Also ich finde, das ist auch mal ein Grund, wo man sagen kann, bei Fresh Torge, den kenne ich nicht, bin zu alt dafür, man kann sagen, gut so, sage ich jetzt einfach mal, ohne ihn zu kennen. Ja. Sind die Hunde, ich habe glaube ich gelesen, die Hunde sind ja zu 95 Prozent glaube ich echt. Also es sind keine CGI-Monstruositäten da zu sehen, oder? Tatsächlich, mir ist nichts CGI-mäßiges groß aufgefallen. Es gibt natürlich die ein oder andere Szene, wo man sich sagt, ja, die werden jetzt keinen Hund irgendwie einen 30 Meter hohen Baum runtergeworfen haben. Das ist klar. Aber die meiste Zeit wirklich sind das ganz normale Hunde und die bewegen halt auch ihr Maul so ein bisschen, wenn sie reden. Das ist ganz solide gemacht. Das reißt jetzt keine Bäume aus. Aber da gibt es eigentlich keinen Grund, aus meiner Sicht sich da auch zu beschweren. Okay, das ist ja schon mal gut. Wie sieht es denn so handwerklich aus? Du hattest ja schon gesagt, dass der Regisseur, Josh Grimau, so ein bisschen im Komödienfach zum Beispiel des Filmes. Hat er denn neben dem vielleicht auch nötigen Handwerkszeug auch so ein gewisses Timing für Comedy-Momente, was er dann rüberbringen kann oder seinen Darstellern oder seinen Hunde-Darstellern viel mehr vermitteln kann? Also die Komik des Films baut auf einem ganz einfachen Fakt auf und ich würde das gerne darlegen, indem ich jetzt einen Text vorlese. Der ist nicht direkt aus dem Film. Das ist quasi paraphrasiert. Aber was ich jetzt hier vorlesen werde, das ist ungefähr das, so wie die Hunde die meiste Zeit in diesem Film reden. Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Ich bin gespannt. Stell dir bitte vor, ich bin jetzt nicht der 1,80 Meter großes Du, sondern ich bin ein kleiner, süßer Chihuahua. Ja, das ist... Oh, okay. Kacke, ich hab mich angepisst, obwohl ich dich anpissen wollte. Ich meine, wofür ist mein Schwanz denn sonst da? Ich meine damit natürlich mein Penis, der voll groß ist. Richtig groß ist ja, gigantisch groß. Damit knall ich sie alle richtig gut durch. Scheiße, Mann, ich bin der Geilste. Ich ficke gut, ich kacke gut, ich pisse auch gut und die Bitch letzte Nacht, der hab ich es richtig gegeben. Die hab ich richtig geknallt. Ich hab die Pussy richtig durchgerammelt. Also, das war keine Katze, das war eine Hundedame, aber er hatte voll die krasse Pussy. Und danach war ich kacken. Ficken und kacken. Das mach ich am liebsten. Ficken und kacken. Super. Ficken und kacken. Super. Und, oh ja, meine Eier lecken. Nach ficken und kacken lecke ich mir auch gerne die Eier. Ficken, kacken, Eier lecken. Also, meine dicken, prallen Klöten. Die superklöten. Ich bin übrigens ein süßes Hündchen, aber ficken tue ich auch trotzdem voll gerne. Und kacken natürlich. Kacken ist auch scheiße geil. Genau wie Pissen. Ach ja, und Fressen und Saufen. Verdammt, ich hab Saufen vergessen. Scheiße, fuck, Pisse, Katze, Fotze, Fotze, fuck, und so weiter. So ist der ganze Film. Hm. Ja, du hattest mich bei ficken. Da war ich, da war ich an Bord. Ja. Ich musste gerade so doll lachen, dass ich die Stummtaste bedient habe, meine Damen und Herren. Nur, dass sie es wissen. Wir sind ja hier leider im Podcast und nicht im Fernsehen. Ja gut, also ich würde das jetzt mal unter dem Deadpool-Syndrom abhaken. Das heißt, möglichst viele Schimpfworte und dann ist das lustig und edgy oder soll zumindest so sein. Ja, ich bin auch nicht der größte Deadpool-Fan, aber zum Beispiel bei den guten R-Rated-Comedies. Die sind natürlich optionen und nutzen Zweck Halsprache, alles fein. Aber die laufen auch auf eine Pointe hinaus. Dieser Film hat keine Pointe. Der glaubt halt, es ist genug, wenn ein Hund die 80 Minuten lang entgegen kläfft, dass er einen dicken Schwanz hat. Das ist es. Das ist die Pointe. Und die wird ausgeschlachtet. Und ein Kollege von mir hat es nach der PV-Session zusammengefasst. Es ist wie so ein Schleifstein. Weißt du, am Anfang sitzt du da und in den ersten 2-3 Minuten denkst du das so, ja, ist ja irgendwie, ich meine, da ist ein kleiner Hund, der sagt, er hat dicke Eier und er bumpt jetzt Bitches. Ist ja lustig, ja. Und irgendwann fängt es an zu nerven. Und nervt. Und nervt. Und irgendwann gibst du auf. Und irgendwann sitzt du nur noch da, noch 30 Minuten und denkst dir einfach nur, ich will, dass es vorbeigeht. Und dann ist der Film irgendwann vorbei. Du gehst aus dem Kino raus und denkst dir, boah, ich bin einfach erschöpft. Also, der Film geht mit Abspann gerade mal 90 Minuten, aber es fühlt sich an wie, ja, ein 6-Stunden-Film. Also, ich hab mich durchgerädert gefühlt. Es war furchtbar. Es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Das tut mir echt leid, dass du dir das antun musstest. Aber du hast es ja für einen höheren Grund gemacht oder für einen höheren Dienst, nämlich für unsere HörerInnen des Tele-Stammtisches. Die könnten natürlich aber auch schon gewarnt sein, wenn sie auf dem deutschen Kinoposter sehen, das da drüber steht, von den Machern von, ich mach jetzt die Reihenfolge mal aus dramaturgischen Gründen andersrum, von den Machern von TED und Cocaine Bear. Also, wenn das nicht Warnung genug ist im zweiten Titel, dem ist dann doch eigentlich auch nicht mehr zu helfen, oder? Ja, aber Cocaine Bear war schon ein Flop, fand ich. Also, da hab ich mir auch mehr von erhofft. Deutlich mehr hatte ich mir erhofft, würde ich dabei sagen. Aber der ist nicht so schlimm. Ich finde, der hat ja noch so einzelne kurzweilige Szenen und Momente. Aber da bei Strays oder Doggy Style ist es halt irgendwann einfach vorbei. Er hat einen guten Gag, den geb ich ihnen. Er hat einen interessanten Cameo, der aber auch verschenkt ist. Und ansonsten ist das einfach nur ein Unfilm. Also, ich hab jetzt nicht genau im Kopf, was ich noch für schlimme Filme dieses Jahr gesehen habe im Kino. Aber es würde mich wundern, wenn Doggy Style in der Flop-Liste des Jahres bei mir keine Rolle spielen würde. Weil den fand ich halt wirklich ganz furchtbar. Und du kennst es ja auch nach Presswachführung, steht man gerne nochmal zusammen und unterhält sich über den Film. Und es gab wirklich, also wir waren am Ende des Abends eine Runde von, ich würde sagen, 15 Leuten. Und keiner in dieser Runde hat irgendwas wirklich Positives an diesem Film gefunden. Gar nichts. Und das ist selten. Du findest normalerweise immer ein, zwei Stimmen, die sagen, ach ja, so schlimm war er nicht. Ist das denn vielleicht was für die Hundehasser-Lobby, damit man sich so ein bisschen in seinem Hass baden kann? Weil wenn du sagst, die sind zwar irgendwie knuffig, aber das geht halt schon nach ungefähr fünf Minuten einem auf die Nerven. Ist doch vielleicht eine Idee. Nee, ich glaube, Hundehasser werden da auch nicht viel drin finden, weil, dafür müsste ich jetzt spoilern, aber ich sage mal so, dass der Film hat ein Anführungszeichen Happy End. Ach so, ja, das ist natürlich doof für Hundehasser, das wollen wir nicht, oder? Wir, also ich bin ja kein Hundehasser. Ich bin ja kein Hundehasser, aber nein, ich mag die kleinen knuffigen Dinger, aber wenn die so fluchen und so unflädige Ausdrücke benutzen, ich meine, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen infantil und dann fragt man sich schon, was, also der hat ja ein A-Rating, glaube ich, in den Staaten, sprich, er könnte hier sogar eine FSK 16 kriegen, vermutlich, oder? Also, das ist natürlich die Frage. Ich könnte es verstehen, wenn er eine FSK 16 bekommt, aber aus Erfahrung würde ich sagen, dass die meisten R-Rated-Comedies bekommen eine FSK 12 in Deutschland. Das stimmt auch wieder. Ich würde dem aber, dass wir jetzt nicht mit Kindern gucken wollen, also, weil ich glaube, Kinder sind dafür natürlich anfällig, denn wenn da irgendwie so ein Hund da irgendwie Pippi, Kacka, Scheiße, Muschi sagt, das ist natürlich für, sagen wir mal, zehnjährigen Jungen wahrscheinlich spaßiger als für einen 40-jährigen Mann, aber, boah, meine Kinder würde ich mir echt nicht angucken wollen. Außer du willst dann in den nächsten Wochen immer wieder in die Schule zitiert werden, weil dein Sohnemann irgendwie dann denkt, ich habe Doggy-Style gesehen, guck mal, was für lustige Worte ich kann. Ja, wobei es immer noch besser, als wenn es heißt, er hat in der Schule Doggy-Style gemacht, das muss man auch sagen. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, der hat eine FSK 16. Ja, tatsächlich, guck mal an. Also, dann ist ja die Frage berechtigt, für wen soll der Film überhaupt was sein, ne? Also, welche Klientel soll der denn deiner Mann noch ansprechen, wenn du selber sagst, also, wir sind ja bei uns in der Redaktion ja dann eher schon viel Filmgucker, ist das jetzt so eher was doch für den Normal-Kinogänger, um mal sich für 90 Minuten den Frust von der Seele zu lachen? Ich glaube, da gibt es bessere Alternativen. Also, ich meine, jeder Film hat sein Publikum und auch draußen wird es Leute geben, die das lustig finden, so be it, aber es fällt mir echt schwer dafür, ein Zielpublikum auszumachen. Also, ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass irgendwelche, ich sag's mal, Teenager-Ding sich angucken, weißt du? Äh, so, äh, zwischen Forklüden und Disco und noch schnell Doggy-Style gucken, aber ich glaube, dann macht der Film mehr Sinn zu Hause, im Stream oder auf DVD. Da könnte er ja hoffentlich dann schnell landen, wenn ihm, äh, äh, wenn man zumindest deinen Worten folgt, einen hoffentlich eher bescheidenen Kinoerfolg gönnt, in Anführungsstrichen. Ja, das ist doch dann wenigstens mal was, also, so gemein das jetzt klingen mag, aber da steckt ja ein Major-Studio hinterher, äh, dahinter, deswegen ist das Mitleid jetzt eher auch begrenzt. Ja, das stimmt, das stimmt. Hast du noch irgendwelche filmischen Aspekte, die du vielleicht hervorheben möchtest, die die HörerInnen unbedingt wissen müssen oder wollen wir schon in Richtung Fazit äh, ich würde einfach direkt mein Fazit jetzt raushauen, ich habe mich jetzt lange genug mit dem Film beschäftigt. Ja, er hatte seine 15 Minuten Rom, es reicht. Genau, genau, ähm, ich glaube Ricky Gervais hat ja mal gesagt, äh, dass die Musical-Familie von Cats ist das Schlimmste, was Katzen passiert ist seit Hunden. Ja. Und bei Doggy Style kann man es genauso sagen, nur umgedreht. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann, und, äh, danke dir für deine Moderation, da, und, äh, mir danke ich für die Kraft, dass ich wirklich diesen Film durchgestanden habe, denn ich war bei der Sichtung wirklich mehr als einmal kurz davor zu sagen, okay, jetzt reiche ich hier raus. Ja, da könnt ihr mal wieder hören, liebe Tele-StammtischhörerInnen, wir sind ein, auch ein Service-Podcast und ein Dienstleister und auch hier haben wir euch wieder 94 Minuten Zeit erspart, indem wir euch 15 Minuten und 40, sind es auf meiner Uhr, über diesen Film Doggy Style informiert haben und hier, wie man hört, eine klare Empfehlung aussprechen. Eine klare Empfehlung würden wir aussprechen für den Tele-Stammtisch, da könnt ihr uns überall finden, wo es Likes gibt. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns bewerten bei Apple Podcasts, bei Spotify, das würde uns, Höflichkeitskonjunktiv, das würde uns unheimlich freuen und uns auch ein bisschen nach oben spulen. Und wenn ihr das nicht macht, dann beiht sich euren Schwanz ab, so. Ja. Wir sparen uns mal, warum wir diese Bewertung kriegen sollten, oder hast du? Das weiß der Hörer eigentlich mittlerweile, oder? Weil wir es dir dient haben. Ja, stimmt. Ja, sicher ist sicher. So wie bei Doggy Style, dass man einfach 50 Mal ficken sagt, das ist halt auch wichtig. Okay, ich fange an. Ficken, 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 an dieser Stelle feiten wir langsam aus und hoffentlich kriegt der Schnitt hin, dass das letzte Wort dieses Podcast von Stu kommt. Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.